Knuffingen Airport, morgens um sieben. Auf dem Rollfeld wird es langsam hektisch. Gute zwei Stunden bevor das Miniatur Wunderland in Hamburg Fahrt aufnimmt, beginnt Kennys und Matzes Arbeitstag. Sie sind dafür verantwortlich, dass hier seit Mai letzten Jahres täglich 45 Flugzeuge starten und landen können. Sechs Jahre hat es gedauert vom Beginn der Planung bis zum Abschluss des Projekts. Nicht alles läuft rund. Jeden Morgen gibt es etwas zu reparieren. Seit Jahren arbeiten die Techniker auf dem 125 Quadratmeter großen Flughafen im Endeffekt. Das ist immer wieder spannend, weil der Ablauf ist alleine immer wieder anders. Jeder Flugplan oder jede Maschine kommt immer wieder anders und wir haben ja auch verschiedene Start- und Landewinkel für jede einzelne Maschine. Somit sieht es eigentlich immer wieder anders aus. Unter dem Gelände macht sich Kenny ans Werk. Bei insgesamt 40.000 Lichtern und 1.000 Kilometern eingebauter Kabel ist hier Feinarbeit gefragt. 3,5 Millionen Euro kostete der Bau des Flughafens. Eine Million floss allein in den Mechanismus der Start- und Landebahnen. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt die komplizierten Vorgänge abseits der Miniaturwelt. Halb 9. Am Flughafen steht alles bereit. Kenny begibt sich auf seine tägliche Runde und kontrolliert sämtliche Druckknöpfe der Anlage. Wenn nichts schief geht, braucht er allein dafür eine Stunde. Für die Angestellten ist das Miniatur-Wunderland mehr als nur ein Arbeitsplatz. Der Laden ist im Grunde genommen so cool und die fangen nicht hier echt alle auf. Also es ist so. Selbst wenn mal jemand überfordert ist oder nicht weiter weiß oder an irgendein Problem stößt, wo er halt eben ein Riesenproblem mit hat und nicht mehr weiterkommt, dann gibt es hier etliche Leute, die sich sofort an die Hand nehmen und dir zeigen, wo es lang geht. Das ist so. Also hier hilft wirklich jeder jedem. Ein Wunderland auf allen Ebenen. Selbst Kenny gerät immer noch ins Träumen. Halb 10. Das Miniatur-Wunderland öffnet seine Tore. Die Züge rollen los. Sogar an einem ganz normalen Dienstag kommen schon jetzt erste Besuche. Alles funktioniert. Auch der Flughafen nimmt seinen regulären Betrieb auf. Kennys und Matzes Vorbereitungen haben sich gelohnt. Alles ist hergerichtet. Alles läuft reibungslos. In Knuffingen wird der Traum vom Fliegen wahr.